Möchtest du, dass deine Familie in ständiger Angst lebt? Dass du verhaftet wirst? Möchtest du angespuckt werden? Nur weil du liebst? Möchtest du gedemütigt werden? Nur weil du bist, wer du bist? Oder möchtest du, dass deine Freunde auf offener Straße zusammengeschlagen werden? Nur weil sie mit ihrer Liebe Hand in Hand gehen. Dies wäre dein Leben als Lesbe, Schwuler, Trans, Bi oder Intersexueller in Russland. Die Regierung unter Putin verbietet selbst das Sprechen über Homosexualität. In Russland dürfen wir ab sofort und offiziell gejagt und gepeinigt werden. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Hilf uns, anderen zu helfen.